Meine Damen und Herren, wenn der folgende Gast auftaucht, dann ist immer richtig was los. Als wir ihn zum letzten Mal begrüßen konnten, waren wir in Hof und dort hat er kurzerhand mal die Stadt umbenannt. Auch da haben wir einen Beleg. Da war es dann plötzlich Hof. Und als ich heute Morgen das hier gelesen habe, High Alarm in Offenburg, da wusste ich, er ist wieder da. Ein High! High Alarm! Hey, High Alarm! Out of the pool! Out of the pool! Come on, everybody! Come on, out! Out! Okay! Okay! Here is our best star David Hasselhoff! Yes! How are you? Oh, fine. How are you doing? Really? Yes, awesome! Yo! Come on! Up, up, up! Dankeschön! David Hasselhoff is in the house. That's so nice. I always wanna try this. Stay there? No, no, you're the perfect size. No, no, no. David, it's wonderful to have you here on the show, really. Ich habe auch gesagt, einmal Rettungsschwimmer, immer Rettungsschwimmer, man kann sich total auf ihn verlassen. Er hat ja auch immer, egal wo er ist, die Rettungsboje dabei, im Handgepäck, super, ganz toll. Somit konnte er heute Ärgeres verhindern. David, du hast eine Menge vor in der nächsten Zeit, so ab Oktober geht's los, verrat uns das mal. Das fängt in Berlin an, und dann geht's nach Hannover am 3. Oktober, das ist natürlich der Einheitstag, Freedom Tour, the journey continues, die Reise geht weiter, wir suchen ja immer noch nach Freiheit, und das wird sehr unterhaltsam. Bitte kommen Sie zu meiner Tour und feiern Sie wie der gute alte Hoff. Genau, wir feiern so wie er feiert. Ich habe einen ganz besonderen Gast, und zwar heute. Das ist eine Dame, die heute Abend hier mit mir auftritt, weil wir dich lieb haben. Vor vielen Jahren haben wir zwei zusammen hier angefangen und möchten unsere Single hier zum allerersten Mal vorstellen, ist das ok? More than ok, we are really proud, also wir sind sehr, sehr stolz, dass wir heute etwas von David praktisch geschenkt bekommen, was es noch nicht im Fernsehen und nirgendwo gegeben hat. Nämlich, er hat ein Duett mit einer deutschen Künstlerin aufgenommen, und diese Künstlerin kennen Sie alle, meine Damen und Herren. Wollen wir sie reinlassen? Ich habe sie kennengelernt in Gelsenkirchen. Sie lief in meine Umkleide und sagte, ich liebe dich, ich brauche ein Foto mit dir. Und dann habe ich gesagt, ich muss ein Duett mit ihr aufnehmen. Und plötzlich, nach ein paar Wochen, stehen wir hier mit einer Dame, die 30 Millionen Platten verkauft hat. Ich hatte gar keine Ahnung. Aber sie heißt ja Blümchen. Hier ist Jasmin Wagner alias Blümchen. Sehr schön. Jasmin, willkommen zurück bei uns. No, no, stay with him. So, also das ist wirklich heute Abend eine absolute Weltpremiere. Ganz kurze Frage, wie war das für dich, mit so einem Kultstar, mit einem Weltstar gemeinsame Sache zu machen? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich fühle mich verbunden mit meinem Teenager-Ich und ich gebe mir die ganze Zeit so eine High Five. Toll. So, wie heißt der Song? You made the summer go away. Okay, wir sind sehr, sehr gespannt. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf David Hasselhoff gemeinsam mit Jasmin Wagner-Blümchen. Vielen Dank. 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 Wir singen das zum ersten Mal. Durch diesen Song einen unglaublichen Erfolg, einen Siegeszug. Wir sind sehr gespannt, was da in diesem Sommer passiert. David, sehr, sehr gerne würde ich dich in meine nächste Sendung im September wieder einladen. Denn dann wollen wir wirklich, auf jeden Fall zeitnah, es ist dann zu einem wichtigen Ereignis, was wir in diesem Land begehen, möchten wir nochmal deinen großen Hit hören im September. 14. September, eingeladen in Hannover. Und dann sind wir noch am 30. in Berlin, und danach kommt ja der Einheitsstar. Euch beiden schlage ich vor und lade euch herzlich ein, jetzt an unsere Bar zu gehen und auf eure Premiere heute anzustoßen. Nick, Nick, wartet auf euch.